und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vom stellwerk sehen hier im chemnitzer hauptbahnhof und ich glaube ich krieg jetzt langsam die totale verzweiflung weil jetzt hier oben sich gerade ein zug in bewegung gesetzt hat ohne dass ich damit was zu tun hat doch ich habe damit was zu tun abstellungen klar okay steht hier oben du darfst auch weiterfahren stehen auf gleich zwölf gleich zwölf gibt es gar nicht hier ja hier wird es gerade langsam richtig nach klar kannst du haben so was wird jetzt hier gerade gleis 19 also ja hier ja ja da wir weiter noch mit weiter es kann aber dann war hier noch etwas los ist und gleis vier möchte daraus nach borgstadt geht aber anscheinend auch gerade nicht kann aber erst mal vorigen ach so mal gucken was er hier macht doch könnte gehen muss erst mal die vollstraße auflösen so was macht denn 19 du hast da jetzt ausfahrt klar ja jetzt kommt hier gerade wieder von überall aus schon erwassen 49 auf gleich zwölfe gerade durch ist aber auch noch belegt also ja pustekuchen kann man den hier vorfahren lassen auch geht auch ne ne ja gott kriegt gleich kriegt eh gleich seine weiterfahrt ich weiß noch was er jetzt hier oben macht da wird sich auch mal melden auf jeden fall steht hier noch euch im wassen rum so hier wird gleich der nächste auflofen weil danach muss erst mal jetzt nach mit weiter fahren genauso müssen wir noch gucken was sonst so nach dem bahnhof hier los ist gleich zwei nach borgstädt ist unterwegs gleich 4 nach borgstädt schnell was das noch ist das kommt jetzt noch doch nehmen wir doch richtig scheiße achtung zug gestoppt das wurde nicht erledigt zu ignorieren welcher ist das die lok oder nämlich jetzt gerade nach borgstädt fahren fährst du jetzt mal so habe ich den ausgewählt ja weiterfahren mal gucken in welche richtung er jetzt weiterfährt vielleicht hat er aus dem fenster geklotzt und gesehen dass die signale hinter ihm sich auf grün geschalten haben wir suchen 80 ne 82 schlafe ich mich tot ihn hier der möchte dann ne den suchen wir doch nicht wir suchen den hier der wird aufs kreis 8 das da ist achso jetzt vorher kriegt nochmal der aus mit weiter ausfahrt ne nach mit weiter also echt das ist hier jetzt gerade meine letzte folge der auge die auge eigentlich eine aber ja der ist schon erinnern man hätte hätte er will noch ne kacke da will aufs kreis 3 er will da so was ist denn jetzt hier mittlerweile schon eine andere aufgefahren oh echt ich werde jetzt jetzt werde ich echt was eine riesen kacke her was steht denn hier alles gleis 4 also der ist jetzt hier oben aufgefahren und da dürfte jetzt sich gleich wieder in den Weg besetzen oh 36 gleis 7 ja zu spät gleis 7 nach abstellungen nach nach dorthin von hier ja weißt schnell was dann und gleis 14 nach flöha gut so ja richter ändere die richtung mhm der will jetzt wird ausgleichs 8 warum der da aber eben erst bis hier nach oben nach küschwald gefahren ist verstehe ich ne haas alles rotz hier so was wissen du hier wehner achso ja hier kommt gerade erstmal noch was rein und dann kannst du ähm ähm auerexpress ist auch angekommen mittlerweile was geht denn jetzt hier los telegramm achso wo ist denn der aus auere das gleich 16 möchte der nämlich was kam denn jetzt hier ja ja das wissen wir doch haben wir doch vorhin schon mal bekommen so er setzt sich jetzt auch endlich in bewegung oh mensch hat aber auch ewig gedauert oh hier ist so viel rot und gelb und oh ich werd bekloppt achten dreif gleis 17 will nach klaurau na warum fährst du denn dann mein gott junge brauchst mich doch nicht anzufragen hier so flöher oh hier mhm gleis 20 a i k e aus klaurau hä wo stehst denn du ha suchen wo steht denn einer von dem roten signal plus in eine minute ausklau achso in die richtung ja ja hä 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 hö wohin hin und der öfliche seder noch 哪 jarse da falsch das signal so was bist du noch für einer gleich zwölf jetzt hat gerade anrauswort bekommen schlubb ich hab gerade irgendwas falsch gemacht das war doch da will nach flöhe eigentlich stimmt ja mein gott was ist denn jetzt anruft die fahrzeuge bei minuten vor und signal wo stehst du denn hier oben da darf doch jetzt gleich ausfahren was bist du hierfür erinnern flöhe abstellung 36 boah ich bin jetzt hier ach so kacke das steht hier haha mal den zwergen entlang tanzen so also na ich bin es ist wird jetzt gerade bis hier sehr sehr wüst bitte geh auf dem bildschirm auf danke mal ganz kurz geguckt was wie viel schon aufgenommen habe also eigentlich wenn ich das dann ausreichend bist du für einer kreis 18 möchtest du geht ne weil da hier ne fahrt hat aber da will nur los boah mein gott das weiß ich doch bitte die strecke räumen oh hier hört jetzt was rot crazy ist er geräumt eigentlich oder dieser 57 stehe ich weiß 20 erst mal steht ja gar nicht auf dem fleiß 20 der wer nach flöhe warum fährt denn dann los weiterfahren so was bist du noch verinnern von flöhe h du bist jetzt er her genau so steht jetzt mittlerweile unsere lok auch schon hier oben sehr gut naja wird gleich wird gleich okay ich sage es vollständig ja komm da will aber ohne raus das warum 41 von stolberg achso da steht noch hier da könnt ihr ja mal mit wegfahren über das kleis ach kacke da müsste eigentlich über das kleis 14 geht ja jetzt nicht mehr weil die das ja mir jetzt schon gesperrt haben die schweine ja dann schiebt man hier lang auflösen auflösen weil wer in der wilde hat schon so hier ist jetzt ein bisschen was gesperrt keine ahnung interessiert mich nicht weiter so so du und hier ach ja geht auch nicht äh 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 wer da klingt jetzt hier oder will uf g ich will ich will den ja jetzt aufs gleis ach so hier wird so viel rot mittlerweile echt blöde was fährt denn jetzt hier lang ich bin grad dem nahtod wenn ich das alles rote hier sehe es sind irgendwelche züge ich komme gar nicht mehr klar jetzt äh hey ohne scheiß ich habe jetzt gerade hauptbahnhof kölnmarkstadt total in grund und boden gefahren diese baustellen mittlerweile weil alles kaputt ist einfach nur da stehen irgendwelche züge auf irgendwelche weichen straßen vor dem bahnhof mittlerweile alter äh 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 ja wird immer mehr rot oah ja die kollegen rufen an und aha ja ey ohne mist ich glaube es wäre an der zeit für eine pause äh ich hoffe es hat euch gefallen und keine ahnung was ich hier mittlerweile jetzt gerade alles hier vergessen habe und was jetzt hier alles rot geworden ist das ist mir jetzt echt egal und ich ich hoffe es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat bitte einen Daumen hoch ähm abonnieren nicht vergessen und damit sage ich ich hoffe ihr schaltet beim nächsten mal wieder ein und bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis näher Vielen Dank.